Seid ihr bereit für die Bad Competition? Zwo, Drei, Vier Ihr habt Blut geleckt und wollt mit Ihr seid ne Gruppe vielleicht zu dritt Dann besucht die Seite Wettbewerb.de Also quasi Wettbewerb mit B Wichtig ist, dass euer Team nen Namen bekommt Phrasen, mehr, wer blöd, den haben wir schon genommen Achso, und sammelt ordentlich Likes Also Daumen, also Daumen hoch Also diese Facebook-Finger Und jetzt schon mal Glückwunsch an die Gewinner Damn right